Ja und vor allen Dingen kann er größere Aufmerksamkeit bekommen als in den letzten Bundestagen, wo immer der Vorwurf kam, es sei einfach zu ruhig, zu wenig Debatte. Ich freue mich sehr auf Reinhard Schlinkert, den ich sehr herzlich begrüße von Infratest-DiMAP. Der neue Bundestag ist schon ein Bundestag, wo es mal wieder zur Sache geht. Ja klar, es bewegt sich was, wobei natürlich die Frage ist, wodurch ist es passiert? Eigentlich nur deshalb, weil ja die AfD eingezogen ist und die Menschen das Gefühl haben, das ist eine Partei, die ihren Protest, den ja eine Reihe von Menschen hier in Deutschland empfinden, klar artikuliert. Und die freuen sich auch darüber, wenn die im Bundestag auch mal richtig auf den Putz hauen. Ja, wir sind gespannt auf den Sonntag, sehr gespannt sogar. Sie haben den Deutschland-Trend erhoben und haben mal die Bundesbürger gefragt. Und die erste, die ganz spannende Frage ist, wie finden die denn eigentlich so eine GroKo? Vielleicht kommt es ja tatsächlich am Sonntag oder sogar möglicherweise sehr wahrscheinlich dazu. Sie haben mal geschaut und wir wollen uns die Zahlen dazu mal ansehen. Ja, wir haben am Dienstag und Mittwoch danach gefragt, wie man denn eine Koalition aus Union und SPD fände. Und Sie sehen selbst, da gibt es eine leichte Mehrheit von 52 Prozent, die sagen, das ist schlecht. 46 sagen gut. Interessant ist, wenn man sich das anschaut nach den Parteianhängern, denn die Zustimmung bei den beiden möglichen Koalitionspartnern ist ziemlich hoch. Selbst bei den Grünen ist immerhin noch bemerkenswert, auch bei der FDP. Und dann kommen die beiden Parteien, die eine links, die andere rechts, die sagen, nee, also mit einer GroKo haben wir überhaupt nichts am Hut, die wollen wir auch gar nicht haben. Überraschend nicht besonders. Aber interessant ist natürlich, sind die 66, diese zwei Drittel der SPD-Wähler, die sagen, ja, wir wollen eine große Koalition. Das hörte sich hier von Ihren Vorsitzenden eine ganze Weile anders an. Wobei man zugeben muss, die, sagen wir mal, Unzufriedenheit mit dieser gesetzten Atmosphäre, der GroKo ist durchaus bei den Bundesbürgern vertreten. Ja, klar, die Mehrheit, sehen Sie ja selbst, eine kleine Mehrheit wollte keine große Koalition. Es war ja auch so, dass im September die Frage große Koalition überhaupt nicht in der Agenda war. Es wurde klar gesagt, die gibt es nicht. Und dann war auch damals die Zustimmung zu der großen Koalition entsprechend schwach. Erst nachdem dann Jamaika gescheitert ist, sagt man, ja gut, was bleibt uns anders übrig, als eine große Koalition gut zu finden. Das ist so ähnlich, wie wenn man im Flieger sitzt und er hat zwei Stunden Verspätung. Und dann sagt die Suyadess, ich bin sicher, Sie haben Verständnis dafür. Auch wenn man keins hat, das ist das Gleiche hier. Was bleibt den Menschen anders übrig? Sie wollen eine Regierung haben. Die beiden, die diese große Koalition zusammenstellen könnten, nämlich SPD und CDU, die CDU oder besser gesagt die Union ist ja dafür, die haben Sie noch mal befragt nach Ihren Imagewerten. Und das ist bei der SPD sehr spannend. Ja. Wie sind die Ansichten zur SPD? Ja, vielleicht vorher schon noch einen Satz. Was wollen denn die Leute? Also wenn es nicht klappt mit der GroKo, man weiß ja nie, dann gibt es eine leichte Mehrheit, die sagt, dann lass uns lieber neu wählen und mal sehen, was dann dabei rauskommt. Aber das ist auch sehr unterschiedlich nach Parteianhängern und Parteienpartisanten. Also eher Neuwahlen als Minderheit. Und da hatten die wahrscheinlich die meisten dann doch die Sorge, das hält nicht lange. So ist es. Ja, Ansichten zur SPD. Das überrascht ja, glaube ich, im Moment keinen, dass nur ein Drittel, ein gutes Drittel der Bevölkerung sagt, sie ist glaubwürdig. Allerdings schwieriger für das Image der Partei ist natürlich, wenn fast 60 Prozent sagen, sie versteht die Sorgen, oder nur 60 Prozent, sie versteht die Sorgen der Menschen. Und 40 Prozent ist ja auch keine sehr große Zahl, die sagt, sie wäre regierungsfähig. Und da sind zwar die Angehörigen, die Wähler der SPD in einer ganz anderen Meinung, da sagen durchaus über 70 Prozent, wir sind der Meinung, dass die SPD regierungsfähig ist. Das sind natürlich jetzt alle, die hier gefragt worden sind. Aber wir wissen ja auch, dass es zum Schluss darauf ankommt, was sagen denn die eigenen Wähler oder was sagen die Mitglieder. So, wir schauen mal dasselbe, Image, Profil mal an oder die entscheidenden Fragen bei der CDU, beim Partner, möglichen Partner. Ja, bei der CDU geht es ja eigentlich darum, dass die Menschen sagen, hat sie die richtige Richtung. Es gibt ja viele Diskussionen darüber, ob sie sich zu weit entfernt hat von ihrer konservativen Haltung oder ob sie richtig liegt oder konservativer werden sollten. Und wenn man sich das anschaut, wir haben oben erstmal alle Menschen gefragt, weil die Diskussion ist ja in den letzten Tagen jedenfalls sehr stark öffentlich geführt worden, auch auf dem Parteitag der CDU, der am Montag war. Also sicherlich haben noch nicht alle unsere Befrachten alles mitbekommen, was an dem Parteitag passiert ist. Aber wir sehen, ein gutes Drittel sagt, sie ist zu konservativ. Fast die gleiche Anzahl sagt, sie ist nicht konservativ genug. Und in der Mitte 27 Prozent, sie sagen, ist genau richtig. Also die Einschätzung der CDU ist dann natürlich noch interessanter, wenn man die CDU-Wähler sich selbst anschaut. Da sagt ja die Mehrheit, die wir hier sehen, von 56 Prozent, nein, die ist genau richtig. Und die beiden anderen Flügel, die einen, die zu sagen, zu konservativ und die anderen sagen, nicht konservativ genug, doch die sind ziemlich ausgeglichen bei der CDU. Also die Strategie, die wir ja auch am Montag wieder gehört haben, dass die CDU eine Partei der Mitte bleiben sollte, was ja auch die neue Generalsekretärin gesagt hat, die scheint zumindest bei den Anhängern der CDU richtig zu sein. Wir schauen mal auf Angela Merkel. Und Fragen, oder Sie haben besser gesagt gefragt, was ist denn mit der erneuten Kanzlerschaft Angela Merkels? Ja, was meinen die Leute? Ist es gut, die Menschen in Deutschland, ist es gut, dass sie bleibt, oder ist es schlecht? Und Sie sehen, das sind fast 50-50, 51 zu 49, die sagen, ist nicht schlecht. Interessant ist auch, wenn man sich das nach Ostdeutschland, nach den neuen Bundesländern und den alten anguckt, ist genau das gleiche Ergebnis. Genau das gleiche, man denkt ja, wenn man manchmal Fernsehbilder aus dem Osten Deutschlands sieht, dass ganz, die alle neuen Bundesländer gegen Merkel seien, ist aber nicht so. Da ist genauso die Hälfte dafür, die sagt, wir können weitermachen. Bei den Parteianhängern sieht man allerdings, ja, doch kleine, kleine Unterschiede. Sie sehen selbst der potenzielle Koalitionspartner SPD, da sind es mal knapp 40 Prozent, die sagen, wir wollen die Frau Merkel gerne weiter behalten. Die Grünen allerdings, die ja besonders die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel sehr gut finden. Und die FDP sind da anderer Meinung. Und wieder haben wir das gleiche Bild, was wir vorhin hatten, dass die AfD natürlich in ihrer Ablehnung von der Bundeskanzlerin sehr, sehr klar ist, ganze 11 Prozent sind der Meinung, sie sollte weiterbleiben. So, und Sie haben noch mal nachgefragt nach der Kanzlerin, nämlich nach den Imagewerten. Also die Kanzlerschaft wird natürlich bei der CDU befürwortet, ganz deutlich. Bei der Opposition sieht das anders aus. Aber wie sind die Imagewerte der Angela Merkel? Ja, wir haben ein paar Positionen abgefragt, die ja immer wieder wichtig sind für Führungspersonal. Kompetenz, schauen Sie, 77, führungsstark, 77, glaubwürdig, ein bisschen weniger, 57. Und ob sie ihre Partei hinter sich hat, sagen immer noch 56 Prozent. Wobei ich vorhin schon mal sagte, muss man ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt entwickelt nach dem Parteitag, der am Montag war. Aber trotzdem muss man hier sagen, die Zustimmungswerte sind sehr hoch. Also wenn wir 77 Prozent Zustimmung haben, dann ist das ein bisschen anders als das, was man so subjektiv vielleicht als Eindruck hat. Angela Merkel, die jetzt nun sich quasi nur noch durchpumpt als Kanzlerin und wo also ein großer Frust in der Bevölkerung ist, das scheint gar nicht der Fall zu sein. Naja, also wir messen ja und quantifizieren das, was die Menschen in Deutschland denken. Und wir messen nicht, was in Nachrichten über Frau Merkel den Menschen mitgeteilt wird. Aber wir haben auch geschaut, was sagen denn die SPD-Anhänger dazu zu Frau Merkel. Haben ja vorhin gesehen, dass da also doch nur eine Minderheit sagt, sie sollen noch mal vier Jahre weitermachen. Das sind die identischen Zahlen. Drei Viertel sagen, sie ist kompetent, drei Viertel sagen, sie ist führungsstark. Und da sagen noch so ein paar mehr an die 60 Prozent, sie hat ihre Partei hinter sich. Wahrscheinlich auch aus Enttäuschung, was ihre eigene Partei angeht. Also das ist aber auch nicht so wahnsinnig überraschend für uns, weil das haben wir immer wieder gesehen in Zeichen der Krise. Und wir warten jetzt eine schöne ganze Weile auf eine neue Bundesregierung. Da muss ja irgendjemand geben, der die Führung wieder des Landes übernimmt. Und dann sagen die Menschen, ja gut, Frau Merkel soll es dann noch mal machen. Auch sicherlich mit dem Gefühl, es gibt im Moment ja auch gar keinen anderen, der es tun könnte. Wir gucken trotzdem auf andere, nämlich auf diejenigen, die in der Spitzenpolitik sind und auf deren Zustimmungswerte. Wir haben jetzt erst mal die Ersten nur herausgenommen und zufrieden mit der Arbeit sind vor allen Dingen ganz viele mit Sigmar Gabriel. Tja, die Reihenfolge Gabriel, Merkel hat sich eigentlich überhaupt nicht mehr geändert in den letzten Monaten. Altmaier, dann Wagenknecht, überraschend Scholz, von der Leyen. Das sind also die ersten sechs, die nächsten haben wir heute gar nicht richtig aufgeführt. Aber Gabriel und auch Merkel, Sie sehen selbst, Merkel hat auch noch mal drei Punkte zugelegt. Altmaier hat noch mal zugelegt. Frau Wagenknecht, kann man auch nur noch mal sagen, hat die Partei auch sehr geschlossen hinter sich. Sagen 88 Prozent der linken Wähler, jawohl, die Frau Wagenknecht macht eine super Arbeit. Sagen auch über 80 Prozent der SPD-Anhänger zu Sigmar Gabriel. Was auch ein Problem für die SPD ist, sagt Längerem. Ja gut, wir als Beobachter haben ja eigentlich nur einmal erlebt, dass ein Außenminister eine Weile gebraucht hat, bis er populär war. Das war Guido Westerwelle, aber der im letzten Jahr seiner Tätigkeit als Außenminister hier auch wieder... Das ist eigentlich das Amt mit dem größten Ansehen. Das ist quasi ein Automatismus. Ich glaube, es ist ja nicht mehr das Ansehen, das ist das mit dem größten Wohlwollen. Die haben keinen Streit in der Innenpolitik, müssen nichts Böses sagen, keine Rentenkürzungen, keine neue Steuern, gar nichts. Sie können immer das Bild, das schöne Bild von Deutschland auch in der Welt verbreiten, dass wir für Frieden und Hilfe sind. Und das fällt natürlich zurück. Davon abgesehen, macht Gabriel wohl auch nach aller allgemeiner Meinung einen guten Job als Außenminister. Aber es bleibt gerade jetzt in der Situation ein Problem für die SPD. Wir haben die Sonntagsfrage. Die soll immer mal sozusagen die Spitze des Interesses sein. Denn wir wollen ja alle wissen, wie sieht es denn mit den Parteien aus? Unter der Bedingung, wenn am nächsten Sonntag nicht GroKo-Entscheidung, sondern Bundestagswahl wäre. Dann würde man sicherlich, wird sicherlich noch manches passieren an dieser Sonntagsfrage. Ich sage es ja immer wieder, das ist ein Stimmungsbild. Die Leute wissen, dass am Sonntag keine Bundestagswahl ist. Aber interessantes Stimmungsbild, dass die beiden potenziellen GroKo, schwieriges Wort auch immer, GroKo-Parteien beide zulegen. Die SPD legt zwei Punkte zu. Wir hatten in der letzten Woche schon mal eine Umfrage, wo zum ersten Mal auch die SPD wieder zugelegt hat. Im Moment streiten sie sich ja auch nicht so stark öffentlich. Es fällt auf, das gutiert auch kein Wähler. Keiner möchte eine zerstrittene Partei haben. Wäre es jetzt übertrieben zu sagen, es ist eigentlich auch ein Zeichen der Zustimmung, nicht nur für eine Große Koalition als neue Regierung, sondern auch ein deutliches, die Opposition ist nicht ganz mehr so wichtig. Ja, weil die Menschen sich natürlich auch fragen, was passiert würde denn mit der SPD passieren bei der Neuwahl? Was würde sie nach einer Neuwahl tun? Würde sie dann auch nicht in eine Große Koalition gehen und in die Opposition gehen? Und welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Und deshalb kann man schon sagen, die Menschen in Deutschland würden sich freuen. Es gäbe eine Große Koalition, es gäbe eine Bundesregierung. Und Sie haben auch selbst gesehen, die anderen Parteien sind alle relativ stabil. Die AfD auch bei 15 Prozent, wobei man sagen muss, sie ist im Osten inzwischen bei 25 Prozent. Das ist also schon ein interessantes Bild. Herr Schlenkert, ich würde Ihnen jetzt gerne den Puls führen im Hinblick auf Sonntag. Diese Umfragen sind immer sehr schwierig. Wir hören immer mal wieder, diejenigen, die für die GroKo sind, liegen vorn mit der Nase. Kann man sich darauf verlassen? Es gibt ja keine Befragung von SPD-Mitgliedern. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie viele SPD-Mitglieder daran an der Wahl teilnehmen. Sind es die Ablehner, die alle ganz aktiv was tun? Sind es die Befürworter? Keiner weiß es ganz genau. Aber nach allem, was man sich so vorstellen kann und überlegen kann, wie viele SPD-Abgeordnete auch vor Ort dafür kämpfen, dass ein Ja gestimmt wird, weil sie alle gerne im Parlament bleiben möchten und nicht ihre Wiederwahl riskieren möchten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, größer als umgekehrt. Umgekehrt. Anders Schlenkert, wir sind gespannt auf den Sonntag. Ganz herzlichen Dank für diesen Überblick.